Das Reich, wo es um den Einigungsvertrag von 1990 geht, den die Anhänger der Reichsideologie als Anlass nehmen zu sagen, mit diesem Vertrag hat die Bundesrepublik sich im Prinzip abgeschafft, ist nicht mehr legitim und gründen ihre eigenen Staaten bei sich zu Hause. Und so ist jetzt so eine mehrschichtige Installation entstanden, wo man erstmal in einem relativ normalen Möbelhaus anfängt und dann wird es halt immer ein bisschen merkwürdiger und auch ein bisschen bedrohlicher.